Du hast ihn das letzte Mal ganz schön in den Arsch getreten. Vielleicht würde es meistens einfach davon auszugehen, dass sie wieder hergewacht wollen. Vielleicht haben sie endlich begriffen, dass sie Amerika nicht mehr siegen können. So lange du da bist. Juck, es ist ein Dreh nicht noch eine andere Zeit. Für die Menschheit gibt es jetzt eine neue Ära. Wir dürfen nicht erst schießen und dann fahren stehen, wobei wir verbunden, dass sie noch niemand über Mastverliebt uns machen können. Ich bin in Verhandlungen mit dem Zulogimparator, um die Verliebte nur ist, ist er zum Zerspiel, siehst du sicher, die Lieferat und erfüllen dich. Dein Tön ist nicht getan. Miss dich nicht ein. Das ist ein Befehl. Okay, ich weiß, dass sie das schwerführen, aber du gehst nicht im All total schnell. Als der General und Freund Meister, ich kann dich darauf verlassen, dass du die Morde des Präsidenten befolgst. Okay, fürs Erste verfolge ich die Befehle, aber wie ihr kommt angekrochen, wenn die Aliens Ärger machen. Uahaha. So, wo lang muss ich ihn jetzt? Wo lang muss ich ihn jetzt? Wo lang muss ich ihn jetzt dadurch? Juhu. Jetzt schmeckt mir die Sachen nach jedem Weg. Ähm. Mein Dingsbums, was du da kaputt machst, denke ich mal, eine Waffe. Würdest du bitte darauf, äh, würdest du bitte aufhören, darauf rumzukloppen? Das ist meins, das hat Geld gekostet. Ah, schlöcher. Ja, super. Ja, super. Ich denke mal, da komme ich nicht mehr vorbei. Stürb, du Scheißviech. Warum Gewicht? Ich wollte eigentlich die Stange nehmen. Gewicht hinzufügen. Okay, Entschuldigung. Ich bin jetzt nicht mehr. Das passt doch! Maximales Ego erhöhen. So, dann das hier denk ich mal noch. Ha, wie geil! Achso, ups, jetzt muss ich damit, genau. Das war ein bisschen Fail von mir. Juppie! Verdammt! Ich denk mal bei einem bestimmten Wert würde man bestimmt wieder ein Ego bekommen, aber da hab ich jetzt keine Lust drauf. Kann ich da vorbei? Ich denk mal, nein. Muss ich dann wieder zurück oder so? Ne, kann ich auch nicht. Ich weiß, ich muss da irgendwas machen. Oder? Hä? Hä? Äh... Ah! So, perfekt! Super! Jetzt darf ich mir wieder einen anderen Weg suchen. Ich hoffe, ihr seid ihr zufrieden. Hier geht doch. Wir trinken ist wichtig. Oh! Sorry Jungs, ich schieb's einfach mal auf den Alkohol. Ich schieb's einfach mal auf den Weg. Ich schieb's. Ich schieb's nicht. Aber ich schieb's ja nicht. Ich schieb's doch mal auf den Weg. Das gefällt mir doch. So. Ah. Das ist richtig genial. So. Jetzt muss ich da hoch denke ich mal. Ah und jetzt muss ich schnell sein. Passt doch. Okay immer noch dunkel. Was gedrückt halten hier? Ja. Das geht doch ab. Ja. 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 so was ist dieses fahren ah jetzt muss ich das denke ich mal da hochsteuern komm schon ah verdammt äh jetzt ich will auch mal durch sowas kann ich meine natürlich in echt nein ups ich bin zu blöd komm schon jetzt bin ich ganz vorsichtig hier da gott ich glaube mal das müsste reichen oder komme ich da dran ja platziere die energiezelle im hauptreaktor so jippie jetzt darf ich endlich die alienärsche treten ok wo lang muss ich jetzt da lang anscheinend nicht ich denke mal ich muss da da und dann irgendwo gab es eine andere tür noch hä ne warte da war doch irgendwo noch eine tür glaube ich oder habe ich das nur äh irgendwie oder muss ich da wieder rein ich glaube eher nicht oder muss ich da noch irgendetwas aktivieren oder oder so oder ah drücke 5 wo muss der ruide zuhören ah Achtung, meine Voraus, bitte benachte dich. Oh, man. Sterbt. Ich glaube ich muss da vielleicht ein bisschen noch an Empfindlichkeit schrauben. Kurze Mal rausrinden, ich habe das Gefühl die treten mir ganz schön kräftig in den Arsch gerade. Ich bin mal ganz kurz eben, Audioeinstellungen hier, Soundeffekt, Lautstärke ein bisschen runterdrehen und ich würde mal sagen, so dann hört man mich besser. Okay. 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 Darf ich endlich schießen oder was? Oder was ist das? Okay, ich beobachte mal. Ah, jetzt. Okay, ich beobachte mal. Das hört sich immer noch ein bisschen zu laut an. Ich will ja, dass man mich hört. Aber vielleicht irre ich mich auch und ich habe einfach nur den Sound zu laut. Aber egal, ich höre es ja bei den nächsten Aufnahmen dann. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Okay, ich muss jetzt wieder irgendeines statt hier Komm, sterb Sehr schön Rest in pieces Ruhe den Stücken Au Hehehe Die haben noch einen Fingerzeig Nicht schlecht, nicht schlecht Okay Checkpoint ist sicher, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder So 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 So